Musik Vor kurzem kam eine echte Bedrängnis in mein Leben. Umstände hatten sich wirklich negativ verändert und auf einmal, ganz plötzlich, von einem auf den nächsten Moment, waren Umstände aufgetreten, eine Situation aufgetreten, die wirklich stressig war, die aussichtslos aussah, die wirklich uns echt Kopfzerbrechen machte und ich spürte, wie ich in meinen Gedanken ständig um dieses Problem herumwanderte. Ständig kam eine Seite so, die andere Seite so, was mussten wir bedenken, was sollten wir unternehmen? Und eigentlich kam ich nicht so richtig zu einem wirklich guten Durchbruch, dass ich über diese Situation herrschen könnte. Wir waren unterwegs gewesen und auch im Auto, beim Fahren dachte ich ständig darüber nach, was das Problem ist, wie man das angehen muss, wen müssen wir fragen, was können wir unternehmen, wie viel Zeit bleibt uns? Lauter solche negativen Gedanken, die mich ständig und ständig und ständig bewegten. Obwohl man weiß, dass man sein Vertrauen auf den Herrn setzen soll, obwohl man alle diese Dinge aus dem Wort Gottes weiß, kann es passieren, dass man völlig in so einen Strudel von Gedanken kommt. Wir stiegen aus, weil wir eine kleine Rast machen wollten und wir gingen über den Marktplatz in dem kleinen Städtchen, das wir noch gar nicht kannten und mein Blick fiel auf ein Haus, ein ganz altes Haus, das neu zurecht gemacht wurde. Und auf dem Balken des Hauses, an der Vorderfront, waren Buchstaben eingemeißelt. Als ich genauer hinschaute, stellte ich fest, es war ein Bibelwort aus dem Psalm 55. Ich las, wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird nimmermehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Das war so genial für mich. Das war genau dahingeschrieben für mich. Vor Hunderten von Jahren hatte das jemand eingemeißelt, weil auch dieser Hausbesitzer einfach damit ausdrücken wollte, meine Hoffnung ist der Herr, ich werfe mein Anliegen, meine Sorgen auf den Herrn. Ich habe dazu in der Bibel nachgelesen, in den verschiedenen Übersetzungen von diesem Psalmwort unterschreibt die Neues Leben Bibel Bring deine Sorgen vor den Herrn, er wird dir helfen. Er wird nicht zulassen, dass der Gottesfürchtige stürzt und fällt. Oder in der Elberfelder Bibel lesen wir Wirf auf den Herrn deine Last, und er wird dich erhalten. Er wird nimmermehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Das war ein Zuspruch Gottes direkt in mein Herz. Es war so, als würde mit einer Taschenlampe auf ein dunkles Feld geleuchtet und ich konnte sehen. Auf einmal war dieses Drehen um diese negativen Gedanken, diese Spirale, die war wie weg. Und ich wusste, ja, das war mein Ausweg. Der Herr war mein Ausweg. Ich konnte mein Anliegen und meine Sorgen auf ihn werfen. Er würde für einen Ausweg sorgen. Dieses Bibelwort, das begleitete mich tagelang, weil es so ein intensives Erlebnis war. Und jetzt im Nachhinein, Wochen später, kann ich sagen, dass es wirklich so gekommen ist, dass der Herr Türen geöffnet hat, dass er einen Weg bereitet hat und dass er wirklich meine Sorgen beantwortet hat mit einem Weg, den wir gehen konnten. Das ist das Wort auch für dich heute, wenn du in so einem Sorgending drin steckst. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Er wird für dich sorgen. Er wird dich halten. Und ich weiß, Gott hat mehr für dich. Wirf dein Anliegen auf den Herrn Türen geöffnet hat mit dem Herrn Türen geöffnet hat.